Hey, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich mit dem lieben Cansocks dabei. Sag mal was. Ja. Und heute spielen wir Verstecken. Und ja, ich versteck mich dann hier so. Ich hab so zwei Minuten Zeit, ne. Ich stell dann den Timer hier. Aber warte. Sag dann, wenn du den Timer startest. Okay. Aber auch nicht auf diesen Luftballon-Dingern, die da in der Luft sind, oder? Ne, ne. Okay, ich hab mich versteckt. Kann suchen. Du hast zwar noch eine Minute übrig, aber egal. Egal. So. Ja, erzähl mal was schönes. Okay, äh, okay. Wo bist du? Was machst du so? Ja, ich spiel dich denn jetzt. Seit sieben, acht bin. Ja, okay. Was noch? Was sind so deine Hobbys? Das hab ich doch gerade gesagt. Nur Tisch dann. Ich bin Hobbylos. Ja. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Ja. Ich fliege nicht gerade erstmal über die Map. Ich bekomme überhaupt Ticks, weil das ist echt unmöglich. Oh, ich hab nicht drauf geachtet, wo ich bin. Oh mein Gott, ich hab nicht drauf geachtet. Ja, ich hab nicht drauf geachtet, wie das ist. Aber ich hab nicht gesagt, ob du in nem Haus bist oder so. Nein, das ist viel zu einfach. Ähm, lass mal jede Minute Tipp machen. Ist dann viel leichter. Weil die Map ist einfach zu groß. Okay, dann mach erstmal die erste. Ähm, ich sehe sehr viele Steine. Da ist ein guter Tipp, ne. Das ist ein schlechter Typ, weil hier überall Steine sind. Nein! Da ist mehr Erde und so. Und du kannst nachdenken, wo sind viele Steine? Oh, ich dachte schon, ich sehe den Namen, aber das ist der Name von Drachsdonald. Vollgöttlicher Puschel. Hast du mich schon mal gesehen? Nein. Ich seh nichts. Ja, doch schon, aber... Oh, meine Flugküche! Das muss doch nicht sein, komm schau. Du kannst mich fliegen. Viel Spaß! Viele Steine. Ja doch, fliegen ist... Oh Mann, du hast so Glück, ne? Oh, ich weiß noch nicht wo. Ey komm, lass mal so machen, dass du noch 6 Minuten hast, mich zu suchen. Ja ok, dann brauche ich noch bessere Tipps hier, irgendwie. Ähm, okay, dann kriegst du, ähm, unter mir ist Gras. Willst du mich verarschen? Es ist überall Gras auf der Map. Ne, okay, ich geb dir noch was. Also, hier ist nicht so viel bei mir. Oh, ich bin in irgendeiner Ecke, äh... Ich kann dir sagen, dass ich in einer Höhle bin. Das ist mein guter Tipp. Du hast noch 5 Minuten. Ja, Höhle. Hier gibt's nur zwei, glaub ich. Ich hab noch nicht mal eine gesehen. Ah doch, ich hab eine... Oh, bitte, bitte nicht. Ey, aber die ist mickrig. Ja, okay, dann bist du nicht bei dir. Oder? Ey, ich hab jetzt so Schiss, wenn du da kommst. Ja, ne, ich bin schon wieder raus aus der Höhle. Die ist mega klein im Leben. Weil ich bin in einer sehr großen Höhle. Also, am Anfang ist sie so klein, wenn man reinkommt, aber... Ja. Aber nicht bei dieser Schluck, oder? Weil ich sehe hier ab wie klein im Leben. Ich hab keine Ahnung. Aber ne, nicht bei einer Schluck, glaub ich. Ja, genau hier muss... Muss man spawner und sonst mein toben. Boah, ich frag mich, wie lange er dafür gebraucht hat, diese Map zu bauen. Ja, ich warte mal. Slash 3. Also, es sind... Sieben Leute vertraut. Okay. Also, von daher... Ja, sieben ist trotzdem wenig. No joke, ich hab nur eine Höhle gefunden. Ja, ich skip. Ich hab wirklich nur eine Höhle gefunden. Vier Minuten noch? Weil ich kann dir nicht mehr Tipps geben. Also, was soll ich dir verraten, ey? Ich hab dir schon alles gesagt. Was ist von dem Höhle von dem Skin? Oh, ich hab nicht drauf geachtet. Also, ich bin richtig weit weg geflogen. Also, ich bin erst mal runtergefallen, dann irgendwo reingeflogen. Wo bist du jetzt denn schon wieder? Suche hier ne Höhle, aber ich find keine. Du hast doch drei Minuten. Ja, ich hab einen Höhle gefunden in den drei Minuten. Ich hab so Schiss, dass du irgendwo reinkommst, ne? Ähm, schick mal gleich die PA, ne? Dann zeige ich sie einfach. Ja. Ich würde sie gerne sehen, weil ich hab keine Ahnung. Ich hab... Ich find nicht... Ich hab gar nichts drauf. Ich hab diese einzige Höhle gesehen. Zumal über so ner Brücke. Oh moin. Hier ist auch noch ein Wasserrad, aber... Das ist echt ne... Geiles PS, das finde ich echt gut. Ja, ist mega. Ich muss mal dann auch irgendwann bei so ner PS bauen. Nein! Du hast mich gefunden. Wie hast du mich gefunden? Ja, ich hab einfach nur dieses Loch hier gesehen. Ich bin wirklich random hier vorbeigeflogen, aber... Was? Hä? Hast du mich... Hast du mich... Dort hin? Anstatt irgendwie... Keine Ahnung... Hier oben hin? Ja, wollte ich erstmal hin, aber trotzdem. Es wird dann viel zu schwer. Ja, okay, dann lass mal jetzt... Ich guck auf den Boden, ich seh nichts. Okay, 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 okay. Ich verstecke euch. Ich glaube, das findest du nicht. Okay, ich komme. Äh... Ja, Tipps geben, ne? Schon am Anfang lieber. Okay, 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 okay. Ähm... Was ist denn ein guter Tipp? Wie sieht's aus, halt? Welche Farben und so? Mh... Ich seh von hier aus Kohleblöcke. Kohleblöcke? Ja, ich sag jetzt mal nur Kohleblöcke, weil ich... Ich glaub auf dem Herzen keine Kohleblöcke, außer die beiden hier. Wo siehst du hier Kohleblöcke? Ja, da wo ich halt bin. Oh, ich seh grad, das versteck ist eigentlich mega kacke. Okay. Weißt du was? Ich guck mal hier irgendwo beim Kopf oder so. Hier beim Skin hier. Stopp! Als ob, hier! Kohle? Hier ist Kohle. Oh mein Gott! Wow! Oh! Hey, von wo aus? Könntest du das sehen? Da... Da bist du hier irgendwo in der Nähe, ja, ne? Okay? Äh... Ich hab mich schon gesehen. Hey, das buggt bei mir grad so heftig. Ich komm ganze Zeit nach oben. Ja, guter Tipp. Du hast mich schon gesehen, ne? Nice! Ich seh grad deinen Namen. Du siehst meinen Namen? Oh, das ist vom Suprema. Ja, vom Traktor. Was machst du denn auch beim Traktor? Bin ich beim Traktor? Ich komm runter! Wo bist du? Siehst du mich noch? Stopp! Was ist das hier? Hey, hier war ich doch grad oder nicht? Ich weiß wie dein Name immer noch. Was ist das denn? Ich seh irgendwie, du bist grad neben dem Lamm von der Suprema. Was zeigst du eigentlich noch? Noch neun Minuten. Neun? Ja. Hey, wo bist du? Das buggt bei mir grad so heftig hier. Ey, komm wir machen. Fünfe reichen doch wohl. Ey. Ey, mach hier die ganze Zeit. Weil das ist so schwer auf die Samme. Ich dachte eben grad schön, was ich gesehen habe. Weil du eigentlich direkt an mir vorbeigelaufen bist. Das laberst du. Ey. Was redest du da? Hä? Du bist direkt an mir vorbeigelaufen. Ey, bist du in einer Höhle oder was? Wie gesagt, ich bin bei Kohlblatt. Also bist du oben. Ich, unter mir ist Gras, okay? Wow. Aber ich, ich sag's immer so, ich hab dich nicht irgendwie einfach durch, ähm, keine Ahnung, ich hab dich einfach direkt gesehen. Sondern ich hab dich durch etwas gesehen. Ja, darf ich dich sagen, sonst bin ich direkt. Hey, ich hab, nein, du musst mir hier mehr sagen. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Okay, ich hab dich durch Büsche gesehen. Da bist du! Oh Mann, aber du bist ja wirklich, du bist hier runtergegangen und ich war dort. Ja, Mann, das sieht man ja gar nicht, das ist so dunkel bei mir, ne? Oh mein Gott. Ich hab wirklich gedacht, ich hab dich gefunden, weil du bist wirklich hier runtergegangen. Oh mein Gott. Hey, ich hab das wirklich nicht, das ist so dunkel bei mir, ne? Oh mein Gott. Noch eine Runde. Ja, aber machen wir noch eine Runde. Mach mich zigzag, super, da schere ich da kapier. Ich schreibe das beiden Nails in den Chat. Ähm, ja, okay. Okay, machst du's? Ja. 3, 2, 1. Ja. Ja. Hey, aber warte. Du darfst entscheiden, was ich mache. Äh, ich verstecke mich. Dann mach ich das. Okay. Okay, ich hab eine Minute. Hm? Okay, lass uns mal machen. Du hast, ähm, eine Minute zu verstecken und ich habe fünf Minuten. Ja, wo bist du denn? Oben? Ich bin oben auf dem Kopf. Okay. Aber du bist jetzt hierher nicht mehr vorbeigelaufen. Ja, moin. Okay. Ich hab so Angst, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Ja, okay, ich hab mich versteckt. Such. Ich bin gerade. Also, für Minuten sind. Okay, erster Tipp. Äh, ich sehe viele... Andere Grundstücke? Okay, jetzt ist er jetzt wieder mal ran. Du hast noch vier Minuten. Jetzt noch drei. Du hast noch drei Minuten. Hä? Ja. Du hast noch drei Minuten. Okay, dann geht mal los. Oh no 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 no. Oh no no no. Oh 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 oh. Fuck! Unp торpUSH! Ha-ha-ha-ha-ha-health! Ha-ha-ha-iphill! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! See? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ohhhhh! He tried it! Ha-ha-ha-ha! Oh mein Gott, ich dachte du hast ihn nicht gesehen! Ich hab's nicht im Ernst von heute nicht gesehen, aber ich hab da so noch ein bisschen nach rechts geguckt und dann hab ich so ein bisschen von deinem Skin gesehen. Oh Mist! Innerhalb von, ja keine Ahnung, zwei Minuten, keine Ahnung. Oh mein Gott, das war ja geil. Ja okay, dann beenden wir das Video. Ja, tschau ne, ja. Sag mal was hier. Ich hab gesagt, du sollst was sagen und nicht hier nur nicken oder sowas auch immer. Ach so. Gutes Ende. Ja, gutes Ende hier. Okay, tschau.